Hallo Youtube, Games on Tables hier. Ich bin der Simon und ich möchte dir eine neue Kategorie vorstellen. Und zwar die Games on Tables Trickkiste. In dieser Reihe von Videos, dessen erste Folge das jetzt hier ist, wollen wir einfach mal über verschiedene Karten, Ausrüstungen von X-Wing reden, aber auch vielleicht dann später über andere Spiele, Guild, Ball, War Machine etc. Und das Besondere an dieser Reihe, an dieser Serie ist, ihr könnt mithelfen. Ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt nach bestimmter Ausrüstung fragen, nach bestimmten Karten fragen, Taktiken fragen. Ihr könnt auch einfach sagen, hey wir wollen gerne mal Spiel X sehen, also zum Beispiel Dash mit Poe gegen was auch immer, um einfach unsere Meinung dazu zu bekommen, unsere Eindrücke oder einfach um mal ein Spiel von Sachen zu sehen, die ihr vielleicht selber noch nicht habt, wo ihr überlegt die euch zu kaufen. Direkt ein erstes Beispiel haben wir zum Beispiel die Frage von dem Outcast, der uns nach der Karte aufgedreht, also im englischen Wired gefragt hat, was wir davon halten. Dazu komme ich dann genau gleich, das ist dann auch einfach mal Inhalt dieses ersten Videos. Über die ersten Videos hinweg werde ich nämlich auch versuchen, Schritt zu Schritt zu erklären, wie geht man bei X-Wing an den Listenbau hin. Also wie baut man sich eine Staffel für 100 Punkte erstmal? Bei Interesse, wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare. Wenn ihr Fragen, Meinungen, Anmerkungen, was auch immer habt, schreibt es da rein. Wir lesen das immer schön fleißig. Und solltet ihr Interesse haben, können wir das später natürlich auch für Epic erweitern, dass wir dann auch da über verschiedene Taktiken besprechen. Also erstmal Schritt für Schritt 100 Punkte Staffelbildung und was gehört so dazu. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal hier mit der ersten Folge an. Und bevor wir wirklich an das Bauen einer kompletten Liste gehen und diversen Dinge, die dazugehören, erstmal so ein bisschen die grobe Grundeinstellung. Wie sollte man rangehen? Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Entweder sagt man, ich möchte eine Liste gegen das aktuelle Meter bauen oder ich möchte unbedingt Shift XY drin haben oder ich suche nach einer witzigen Liste mit möglichst viel Variationen drin. Verschiedenste Konzepte. Muss man sich für eins entscheiden. Ich werde Ihnen beim nächsten Mal oder in den nächsten Videos dann einzeln so ein bisschen vorstellen, wie man da ein bisschen rangeht. Grundsätzlich, und deshalb das ist der Inhalt dieses Videos, wie analysiert man eine Karte. Also wie überlegt man, was kann die Karte, wie kann ich sie einsetzen, wo kann ich sie am besten gebrauchen, welchen Nutzen habe ich daraus. Und da ist eigentlich das aufgedreht ein perfektes Beispiel. Denn das ist eine Karte mit einem Effekt, den ich eher skeptisch positiv sehe. Ich lese mal kurz den Text vor. Es ist ein Elite Pilot für einen Punkt. Sobald du angreifst oder verteidigst und wenn du gestresst bist, darfst du ein oder mehrere Augen neu würfeln. So, das heißt, wir haben die Bedingung, man muss einen Stressmarker haben und den Effekt, man darf dann Augen neu würfeln. Sowohl beim Angriff als auch bei der Verteidigung. Das an sich ist ja ganz nett. Aber was genau bedeutet das? Wir müssen erstmal einen Stressmarker kriegen. Also entweder bekommen wir den Stress von unseren Gichner, irgendwelche BTL-Stress-Y-Wings oder Taktiker oder Rebellen-Gefangenen oder sowas. Oder wir geben uns selber den Stress, was meistens sicherer ist im Belang auf, wir können die Karte effektiv nutzen, wenn wir uns selber stressen. Wenn wir uns darauf verlassen, dass der Gichner uns stresst und er hat gar nichts dabei, dann ist die Karte komplett überflüssig. Also nur noch für U-Turns. Also erstmal müssen wir irgendwie an Stress kommen. Das heißt, da es ein Elite Pilot ist, fallen auch schon mal alle Elite Upgrades raus, die uns selber stressen. Wie Push-The-Limit, Opportunist und Stay-On-Target zum Beispiel. Und wenn wir die jetzt schon direkt aussortieren, wird die Auswahl sehr gering an Schiffen, die sich mit ihrer Pilotenfähigkeit sehr stressen. Also für nicht namhafte Schiffe ist die Karte schon mal eher Quark. Da man ja dann nur bei U-Turns oder K-Turns oder Seniors Loops, je nachdem was das Schiff zur Verfügung hat, diesen Effekt nutzen kann. Und da ist die Frage, ob man dann nicht einfach lieber Adrenalinschub nimmt, sagt dann okay, ich mach den Turn in Weiß und kann dann eine beliebige Aktion durchführen. Zum Beispiel Schub, Fassrolle, Fokus, Ausweichen, Target Lock. Mehr Optionen. Kommen wir nämlich direkt zum zweiten Punkt. Man darf ein oder mehrere Augen neu würfeln. Das heißt, in welcher Situation hat man Stress durch eine Fähigkeit, aber keine Aktion, in der man einfach Fokus nimmt und alle Augen in der Folge dreht? Ist eher selten, denke ich mal. Wird jeder wahrscheinlich in Erfahrung gebracht haben. Wie gesagt, die einzelnen Situationen sind da U-Turns. K-Turns, Seniors Loop fasse ich jetzt einfach mal in die U-Turns mit zusammen. In dem man dann natürlich keine Aktion hat und dann alles wiederholen. Vorteil der Karte, man darf es bei allen Würfen machen. Also beim Angriff und allen folgenden Verteidigungen oder Verteidigungen, die man vorher hat. Was bringt es uns jetzt mal rechnerisch? Da müssen wir jetzt einen kurzen Exkurs in die Statistik machen, um mal zu gucken, was für einen Bonus kriegen wir denn eigentlich davon. Und jetzt gerade mal auf Verteidigungswürfel gemünzt, dann gehen wir mal davon aus, dass wir irgendwie Beispiel Zeta 1 benutzen. Der eigentlich relativ prädestiniert für die Karte ist. Haben wir trotzdem unsere Aktion noch. Nutzen einen Fokus, um unseren Angriff irgendwie zu fixen. Und wollen dann das aufgedreht eher für die Verteidigungen nutzen. Also kurze Erinnerung. Zeta 1 sagt, sobald du angreifst und falls du nicht gestresst bist, darfst du einen Stressmarke erhalten, um einen zusätzlichen Würfel zu werfen. Das heißt für einen Stress hat er einen Angriffswert von 3 oder 4 in Reichweite 1. Das Ganze passiert in der Angriffswerte. Das heißt, er hat seine Aktion. Also er fliegt tendenziell, macht Fassrolle, Fokus, Tagelock, Ausweichen, was auch immer. Ich persönlich bevorso dann einfach Fokus. Denn bei drei Verteidigungswürfeln ist Fokus, Ausweichen, Rechnerisch fast das Gleiche. Nur hat der Fokus halt ein bisschen mehr Varianz nach oben quasi. Und beim Angriff, Fokus kann man halt auch beim Angriff nutzen, kann man ihn dann benutzen, um halt diese drei Angriffswürfel an Schaden auch durchzubringen. Beziehungsweise in Schaden zu verwandeln. Ob sie dann durchkommen, ist natürlich noch eine andere Sache. Das heißt, man fliegt und hat einen Fokus. Man kommt in die Schussphase, man nimmt seinen Stress, um einen Ex-Angriffswürfel zu geben, schießt und gibt tendenziell seinen Fokus aus. Das heißt, man möchte aufgeregt für die Verteidigung nutzen. Denn es kommen ja wahrscheinlich ab wie Longhand 7 noch ein paar Angriffe hinter ihm dann auf ihn zu, die er am besten mit seinen vier Lebenspunkten und drei Wendigkeiten noch irgendwie versucht zu überleben. Also, Exkurs Statistik. Was bedeutet aufgedreht bei einem Verteidigungswürfel? Wir haben bei einem Verteidigungswürfel zwei Seiten mit einem Auge drauf, drei Seiten mit Leerseite, drei Seiten mit Ausweichssymbol. Das heißt, wir haben eine Viertelchance auf ein Auge mit jedem Würfel. Also eine Viertelchance mit jedem Würfel, diese Fähigkeit überhaupt zu nutzen. Dann, wenn wir diesen Würfel neu werfen, brauchen wir ein Evade, weil wir haben ja keinen Fokus, sonst hätten wir ja direkt das Auge ausgegeben. Also, wenn wir den Würfel neu werfen, haben wir eine 3 Achtel Chance auf ein Evade. Also, ist für einen einzelnen Würfel der effektive Nutzen von Wyatt ein Viertel mal 3 Achtel. Also, 3 Zweiundreißigstel, also ungefähr ein Elftel. Das ist relativ wenig. Jetzt hat der Zeta 1 drei Würfel, also kommt er auf etwa 3 Elfte. Kann man grob runterrechnen, ist dann etwa ungefähr ein Viertel. Also, bei drei Würfeln ein Viertel Chance auf einen weiteren Evade ist jetzt nicht so effektiv. Es kostet nur einen Punkt und vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Ist aber dann irgendwie nichts Verlässliches, um da wirklich zu sagen, okay, mit der Ausrüstung kann ich jetzt mein Schiff zum Überleben bringen. Da ist dann immer die harte Konkurrenz. Was kann man nämlich alternativ ausrüsten? Muss man immer beachten. Einfach super. Meister von Schuss. Gichner 1 Evade wegnehmen. Geht zwar nur einmal im Spiel, kann aber einfach da ein Schadenspunkt oder ein Crit sein, der an den Schilden vorbeikommt oder sonst was. Muss man halt immer abwägen. So. Spielen wir das Ganze jetzt mal weiter. Sagen wir, okay, wir wollen jetzt aber wirklich aufgedreht auf Zeta 1 nutzen und geben ihm einfach noch ein Stealth Device. Dann hat er nochmal einen Würfel mehr. Rechne, rechne, rechne. Hier kommen wir insgesamt dann auf eine 3 Achtel Chance. Also ein 3 Achtel Evade, den er durch aufgedreht bei jedem Verteidigungswurf kriegt. Beziehungsweise nicht bei jedem. Eigentlich sogar nur beim ersten. Denn wenn man mit dem Stealth Device ja nicht erfolgreich allen ausweicht, ist es weg und danach hat man wieder nur 3 Würfel. Also kann ich da schon mal relativ schnell zusammenfassen, dass ich persönlich von aufgedreht nicht sehr begeistert bin. Ich habe es auch im Spiel getestet und das ist jetzt natürlich ein Extremfall. Aber ich habe trotzdem prompt einfach mal 4 Leerseiten gewürfelt. Da bringt mir weder aufgedreht noch das Stealth Device was. Also ist Zeta 1 dann ziemlich hinüber. Aber einfach die Statistik. Klar, es ist nur ein Punkt. Es ist nicht viel. Aber für den einen Punkt kann man so viele andere Optionen wahrnehmen. Oder vor allem wenn man sagt, den Schritt, Okay, dann nehme ich noch das letzte. Weißt du ja so, es sind schon insgesamt 4 Punkte, die man Ausrüstung reinpumpt, um die Defensive zu pushen. Wo man eventuell für weniger Punkte die Offensive deutlich effektiver pushen könnte. Und andere Schiffe dazu spielen könnte. Denn gerade Zeta 1 ist mit seinen 20 Punkten Basis einfach sehr bestechen darauf, mehrere verschiedene Schiffe dazu zu spielen. Also so die Herangehensweise analysieren die Karte. Was kann sie? Unter welchen Bedingungen kann sie es? Wann treten diese Bedingungen auf? Also wir sind immer noch in einem Aspekt, das aufgedreht funktioniert am besten, wenn man sich selber den Stressmark hinzufügt. Und jetzt habe ich mal einfach meine ganzen Pilotenkarten und im Internet weiter geguckt. Was gibt es denn noch für Piloten, die sich selber effektiv stressen? Ähm, Scum? Gar keiner. Beim Imperium habe ich neben Zeta 1 nur einen weiteren Piloten gefunden, bei dem aufgedreht noch groben Sinn machen könnte. Und das ist Tetran Kaul. Wenn euch der Name nicht sagt, wundert mich nicht. Spielt keine Sorgen. Ist ein Interceptor für 24 Punkte. Pilotenwert 7. Hat einen Elite-Pilot, was nicht so wahrscheinlich ist bei Interceptoren, denn manche von den Elite-Namenhaften haben zum Beispiel keinen und brauchen dringend einen. Tetran Kauls Fähigkeit ist immer, wenn er einen U-Turn aufdeckt, kann er das Manöver mit einer Geschwindigkeit von 1, 3 oder 5 ausführen. Das heißt, er legt einen 5er U-Turn zum Beispiel hin. Oder einen 3er. Interceptoren haben ja die beiden Manöver. Und kann sich dann je nach Situation aussuchen, welches nimmt er dann tatsächlich. Er kostet 24 Punkte, Pilotenwert 7. Ist halt ein Interceptor, 3 Angriff, 3 Deutsch, 3 Hülle. Preis-Leistung ist okay. Bisschen teuer, was man schon dadurch gemerkt hat, dass die Royal Guards für 23 Punkte mit Pilotenwert 6 und dem Elite-Pilot auch rumkommen. Also 2 Punkte billiger für ein Pilotenwert weniger. Ist ungefähr ein Verhältnis. Die Fähigkeit hat einen Nutzen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt. Also meistens kann man es bei den Schiffen erkennen. Ein Punkt pro Pilotenwert. Und wenn man eine Fähigkeit dazu bekommt, die Nutzen hat, kostet die auch einen Punkt. Hat die so einen sehr starken Nutzen, manchmal sogar mehr. Beispiel Major Raimer war es glaube ich. Der Bomber. Hat sie keinen effektiven Mehrwert nutzen. Beispiel Prinz Xizor. Ist die Fähigkeit kostenlos. Kurze Erinnerung. Xizor hat einen Pilotenwert mehr als Guri. Kostet auch nur einen Punkt mehr als Guri. Ne, er hat zwei Pilotenwert mehr. Guri hat 5. Xizor hat 7. Er kostet aber nur einen Punkt mehr. Das heißt, die Fähigkeit ist quasi kostenlos. Weil Guris Fähigkeit hat einen Punktkosten. Guri kriegt ein Fokusgeschenk. Xizor sagt, ich lenke einen Schaden um. Der Schaden verschwindet nicht. Der Schaden ist noch da. Das heißt, rein schadenstechnisch, mathetechnisch und rechnerisch ändert sich da nichts. Es ist nur eine Umverteilung. Das heißt, Tendizel überlegt Xizor länger. Also es ist schon eine gute Fähigkeit, um ihn am Leben zu halten. Aber es ist kein Gewinn, weil irgendein anderer muss dafür den Schaden nehmen. Und eventuell stirbt der dann irgendwie schneller. So. Also einmal zum Thema zurück. Tetrin Kaul hat eine Fähigkeit. Die hat einen Nutzen. Und zwar kann er, sobald er eine Manöverleid aufdeckt und einen U-Tile erlegen hat, die Geschwindigkeit ändern. Da er eh schon 3 und 5 zur Verfügung hat und man Tendizel auch eigentlich gerade in höheren Spielniveaus oder auf Turnieren gut einschätzen kann, wo der Gechner hinfliegt, muss man da jetzt nicht unbedingt dann zwischen 3 und 5 wechseln. Kann natürlich passieren. Gechner macht mal ein unerwartetes Manöver und man würde banken oder etc. Dann ist es gar nicht schlecht zu wechseln. Deutlich interessanter ist es allerdings, die Geschwindigkeit auf 1 zu senken. Einen ganz kurzen U-Turn zu machen. So. Und da er diese Fähigkeit hat, wird er natürlich tendenziell öfter einen U-Turn fliegen und diese Fähigkeit zu nutzen. Und da ist dann aufgedreht besonders reizvoll, der er 3 Angriffswürfel und 3 Verteilungswürfel hat, um die Würfel entsprechend noch ein bisschen zu fixen, um die Augen neu zu würfeln und eventuell noch hier und da einen Evade oder einen Hit hinzuzubekommen. Bei Angriffswürfeln ist die Strategie ein bisschen angenehmer, da es ja 3 Hits und ein Crit gibt und nur 2 Leerseiten. Also hat man dann beim Re-Roll eine 50-50 Chance, statt der 3 Achtel Chance auf einen neuen Erfolg, auf einen neuen Hit. Kann man also bei ihm überlegen, ihn für 25 Punkte Pilotman 7 mit aufgedreht zu spielen. Man kann aber auch überlegen, ihn wieder mit Veteransteam auszurüsten, um zu sehen, wo fliegt der Gegner hin, um dann passend seinen U-Turn zu wählen. Oder mit Adrenalinrausch, um zu sagen, ich mach den U-Turn einfach weiß und nehm mir einen Fokus oder ein Ausweichen oder Booste nochmal. Diverse Möglichkeiten. Immer im Hinterkopf behalten, was sind die Alternativen. Aber ich denke mit aufgedreht kann man Tetran Cowell einmal ausprobieren. Dann habe ich auch mir die Rebellen angeguckt. Ich spiele sie zwar selber nicht so aktiv, habe aber auch ein paar Rebellen, habe sie auch hin und wieder gespielt. Und da ist mir eigentlich auch nur ein Pilot ins Auge gefallen, der Stress bekommt und dann mit aufgedreht arbeiten könnte. Denn wenn man jetzt kurz mal überlegt, Eviti Sam, wenn sie Stress hat, darf sie eh immer Würfel wiederholen. Also einen. Ja, könnte man aufgedreht überlegen, macht aber nicht so viel Sinn, weil sie eh schon quasi ein Reload hat. Da wird sie eher versuchen, mit der Militepiloten mehr Schaden zu machen oder etc. Cain Fallener ist Quark, kann man glaube ich direkt feststellen. Der gibt seinen Stress aus, um alle Augen in der Folge zu drehen. Also warum sollte man vorher die Augen neu würfeln, um dadurch potenziell leer sein zu haben? Macht auch keinen Sinn. Sonst sind nicht so viele bei den Rebellen, die sich selber Stress geben. Jetzt kann man auch überlegen, mir fällt seine Name gerade nicht ein. Der Arving Pilot, er kann Aktionen durchführen, auch wenn er gestresst ist. Ja, okay. Und Arvings können ja zwei Elite-Pilots haben. Ich weiß nicht, ob er fest schon einen hat. Kann sein, dass er nicht einen hat. Dann braucht er eh Push the Limit. Ansonsten kann er zwei haben, dann vielleicht noch aufgedreht oder direkt aufgedreht. Er pflegt einen U-Turn und freut sich mit dem Keks. Aber das ist aber die Sache. Er hat eine Aktion, er hat einen Fokus. Also wird er tendenziell seine ganzen Augen wieder ausgeben durch den Fokus und den Erfolgedrehen. Also auch da nicht ganz so wichtig. Bei Winners mir aber aufgefallen ist, wo ich es nicht schlecht finde, ist Jen Oz. Ihre Fähigkeit ist, einmal zur Erinnerung, HWK. Wenn ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 1-3 angreift und du keine Stressmarke hast, darfst du einen Stressmarke nehmen, damit dieses Schiff ein zusätzlichen Angriffspfälle erhält. Pilotenwert 8 ist hier tatsächlich von Nachteil. Denn sie kann ihre Fähigkeit nur auf andere nutzen. Und das heißt, man muss andere Schiffe spielen, die vor ihr schießen. Also mindestens Pilotenwert 8 haben und dann bei gleichem Pilotenwert vor ihr dann schießen. Damit sie ihn Stress bekommt, bevor sie selber dran ist, um es auch offensiv zu nutzen. Denn dann ist der Trick, wenn man zum Beispiel Luke Skywalker oder Paul Dameron dazu spielt, oder Corrin Horn etc. etc. Den einen extra Angeswürfel zu geben. Jen Oz bekommt Stress und hat dann zum Beispiel eine Twin Laser Turret ausgerüstet und kann damit aufgedreht bei den beiden Angriffen und danach ihren Verteidigungen halt entsprechend Augen neu würfeln. Kann man halt überlegen. Hat da einen gewissen Nutzen. Der Punkt ist nur, Jen Oz ist schweineteuer. Bei ihr trifft nämlich genau das zu, was ich vorhin beschrieben habe. Ihre Fähigkeit hat sogar einen starken Nutzen. Und deshalb kostet das nicht nur einen Punkt die Fähigkeit, sondern ein paar mehr. Also wenn man das mal mit Kai Katan oder anderen HWKs vergleicht, springen ihre Punktkosten doch da stark in die Höhe. Und das macht sie dann leider etwas ineffizient. Also wenn man sie mit einer Twin Laser Turret und aufgedreht ausgerüstet, ist sie schon bei 32 Punkten. Also ist schon ein Drittel der Staffel weg. Dazu noch ein Paul Dameron und Luke Skywalker mit einigermaßen sinnvoller Ausgerüstung aufzustellen, wird schwierig. Und das sind auch schon die einzigen drei Piloten, die ich gefunden habe, bei denen ich sagen würde, aufgedreht macht Sinn. Wie gesagt, das ist halt meine Meinung. Es kann auch Leute geben, die sagen, ey nee, das ist voll super. Ich würfel voll gerne, würfel neu, um halt dann die Chance noch Erfolg zu haben. Ich gehe leider lieber, oder was heißt leider, also für meine persönliche Spielweise ist es eigentlich besser, auf eine sichere Schiene und versuche halt einen direkten Nutzen zu haben. Also entweder direkt einen ausreichenden Zug zu bekommen, um direkt einen Hit dazu zu bekommen. Irgendwas, was direkten Nutzen hat. Also ich weiß, ich nutze es und dann habe ich Effekt XY. Wenn man sich auf Rewards verlässt, es sind halt Würfel, es ist ein Würfelspiel, man kann es fair würfeln und es kann in manchen Situationen halt einfach mal ein Spiel kosten oder zumindest eine sehr schwierige Situation bringen. Also soviel zum Thema aufgedreht und dann nochmal einmal zurückgreifend auf die Herangehensweise. Ihr habt es jetzt vielleicht ein bisschen mitbekommen. Ich habe das Ganze jetzt relativ spontan gemacht. Das ist ein bisschen unstrukturiert vielleicht. Da werde ich mir nächstes Mal mehr Mühe geben. Also zum Aufgehören. Wir gucken, was für ein Slot ist es, was ist die Konkurrenz in dem Punktebereich oder auch vielleicht mal plus minus einen Punkt. Was für einen Effekt hat es und was für Zusatzkosten hat es. Also hier ist ja die Bedingung, wir müssen Stress haben und der Effekt ist, wir dürfen Augen neu würfeln. Und da ist halt dann wieder schon, also es ist einfach bei dieser Karte sehr offensichtlich, wo kriegen wir diesen Stress her. Denn sonst kriegt man Stress durch Elite-Pilots. Mir ist spontan keine Crew irgendwie bewusst. Es gibt zwar noch den R2 Astro mit ich nehm Stress, du kriegst Stress, den Stressport halt R3, R2 oder irgendwie sowas. Aber welches Astro-Mech-Schiff hat noch ein Elite-Pilot dazu? Sind eigentlich dann wieder nur X-Wings und E-Wings. Und die wollen dann eigentlich eher nicht sich selber großartig stressen, weil sie lieber mit Jagdinstinkt arbeiten und Schaden fahren und dann ein R2-D2 nutzen, um sich länger im Spiel zu halten. Also kann man echt sagen, das sind so die einzigen 3 Kandidaten, die ich gefunden habe. Zeta-1, Tatron-Carol und Jan-Orth. Und bei denen kann man es überlegen, um sie irgendwie kostengünstig zu halten, aber lohnt es sich halt wirklich. Hat man wirklich einen Mehrwert davon. Und da ist dann halt wieder die Statistik, die man ranführen muss. Pro Verteidigungswurf bei Zeta-1 Hattenwurf, was vorhin gesagt, ist es eine 3 Achtel? Ne, ist es doch, was 3 Achtel? Ne, pro Verteidigungswürfel ist es eine Elftel Chance. Genau, mit 3 Verteidigungswürfel ist es die 3 Elftel Chance. Ja, also was Gruppenviertel Evade, genau. Gruppenviertel Evade pro Verteidigungswurf. Also müsste er schon 4 Mal ausweichen, damit er 1 Mal durchweiert ein extra Evade bekommen hat. Und wenn man 4 Mal mit so einem Schiff versucht hat auszuweichen bei 4 Lebenspunkten, kann es einfach sein, dass er schon weg ist. Also, das ist schon im Grunde der Schritt für dieses erste Video. Ein bisschen konfus, entschuldige ich das, ich versuche es demnächst ein bisschen strukturierter zu machen. Aber das sind dann auch so meine Gedanken zu. Aufgedreht und gleichzeitig so eine Erklärung, wie geht man halt ran, wie analysiert man so eine Karte auf ihren Nutzen? Guckt nach Kombinationen, wie kann man sie einsetzen? Und wenn man jetzt gerade halt hingeht zu Zeta-1 mit aufgedreht, möchte man einfach so hinlegen, 21 Punkte, sagt okay, das reicht mir, keep it simple. Kann man natürlich dann auch hingehen, okay, wie brauche ich meine Liste drumherum? Ich habe jetzt noch 79 Punkte frei, was mache ich damit? Dazu komme ich dann aber in den nächsten Videos. Kleiner Fortspoiler, ich werde im nächsten Video über Firesprays reden. Ich habe da wieder ein bisschen Spaß dran gehabt, ein paar Kombinationen ausprobiert. Im Wesentlichen Scum-Firesprays, werde aber auch kurz was zu Imp-Firesprays dann sagen. Das ist dann so als groben Inhalt für das nächste Video. Ich hoffe es war irgendwo interessant, lehrreich und nicht zu durcheinander. Und wie gesagt, wenn ihr nochmal, also was heißt nochmal, wenn ihr irgendwelche Meinungen von mir hören solltet, zu Kangen, zu vielleicht auch Taktiken und sonstigen Sachen, schreibt es in die Comments. Ich lese das, ich greife das auf, ich werde es in den nächsten Videos mit aufgreifen. Wenn ich mir selber nichts überlegt habe, bin ich sehr froh drum, wenn ihr da was reingeschrieben habt, dann kann ich mich da ein bisschen daran orientieren und solche Sachen aufgreifen. Um einfach dann jetzt hoffentlich regelmäßig euch mit ein paar Videos zu versorgen, in Bezug auf X-Wing Taktik oder halt wie gesagt auch bei anderen Spielen sollte da Bedarf bestehen. Ja, das ist es soweit für dieses erste Video. GameStoneTables Trickkiste ist geöffnet und wir kramen da jetzt immer wieder was raus. Also wünsche ich viel Spaß bei den nächsten Videos, die dann kommen werden. Ich hoffe auf eure Antworten, auf eure Anmerkungen, Kommentare. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal.